Urlaub mit der Familie. Für die einen ist es der Spaß schlechthin, für die anderen Anstrengungen pur. Die Pochers legen da noch eine Schippe drauf und verwandeln den Familienurlaub auf Sardinien in ein Patchwork-Abenteuer. Und das scheint bestens zu funktionieren. Zur Erinnerung, mit Amira hat Oliver Pocher zwei gemeinsame Söhne und mit seiner Ex Alessandra drei weitere Kinder. Nun veröffentlicht nicht nur Amira Einblicke vom Ort der Entspannung, sondern auch Ollis Ex Alessandra Mayer-Wilden. Umringt von türkisfarbenem Wasser genießt die 39-Jährige einen Tag auf dem Boot und sogar Eis für die Kinder gibt es per Wassertaxi. Herausgeputzt für den Abend strahlen die beiden Frauen dann noch Seite an Seite für die Kamera. So sieht ein harmonischer Urlaub aus.